Ein schneller Rahmen für Ihre Fotos. Fotos, die Sie mit einem dunklen Passepartout versehen, wirken viel professioneller als ohne Rahmen. Profis ziehen zusätzlich eine feine weiße Linie um das Motiv, die sogenannte Lichtkante. Mit Photoshop gestalten Sie einen derart zweifarbigen Rahmen im Handumdrehen. Zunächst benötigen Sie die Ebenenpalette. Mit F7 schalten Sie diese ein. Damit unser Trick funktioniert, darf Ihr Bild nur aus einer Hintergrundebene bestehen. Falls nötig, klicken Sie in der Ebenenpalette auf Erweitert und wählen auf Hintergrundebene reduzieren. Jetzt kommt die weiße Lichtkante in 2 Pixel Stärke. Gehen Sie dazu ins Menü Bild und wählen Arbeitsfläche. Schalten Sie um auf Pixel und aktivieren Sie Relativ. Geben Sie unter Breite und Höhe jeweils 2 ein. Unter Farbe für Erweiterte Arbeitsfläche wählen Sie Weiß. Bestätigen Sie mit OK. Ihr Bild wird nun von einer weißen Haarlinie eingerahmt. Jetzt kommt das schwarze Passpartout. Rufen Sie erneut den Befehl Arbeitsfläche auf und geben Sie unter Breite und Höhe jeweils 100 ein. Unter Farbe für Erweiterte Arbeitsfläche wählen Sie Schwarz. Bestätigen Sie auch hier wieder mit OK. Und fertig ist Ihr Schmucker Rahmen. Mehr Videos finden Sie auf Computerwissen TV und bis zum nächsten Mal. Tschau.